Hallo Ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich Euch ein super einfaches und schnelles Dessertrezept. Die Zutatenliste findet Ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Als erstes bereite ich aus gefrorenen Früchten eine rote Grütze zu. Wenn es mal ganz schnell gehen soll, könnt Ihr natürlich auch fertige rote Grütze nehmen. Für die rote Grütze gebe ich die gefrorenen Früchte, 1 Esslöffel Zucker, etwas Wasser und 1 Teelöffel Vanillepuddingpulver in einen kleinen Topf und koche die Zutaten unter Rühren kurz auf. Dann lasse ich die rote Grütze abkühlen und zerkleinere in der Zwischenzeit 6 Löffel Biskuit. Wer möchte, kann stattdessen aber auch Butterkekse, übrig gebliebene Weihnachtsplätzchen, Lotuskekse oder auch Waffelstücke nehmen. Die Keksstücke lege ich kurz zur Seite und schlage jetzt noch 200 g gute Zutaten Die Keksstücke lege ich kurz zur Seite und schlage jetzt noch 200 g gute Zutaten. Und jetzt kann das Dessert auch schon zusammengesetzt werden. Als erstes fülle ich die Keksstücke in die Gläser und darauf kommt eine Schicht Skier mit Vanillegeschmack. Wer möchte, kann aber auch Vanillepudding oder Vanillequark verwenden. Auf den Skier gebe ich etwas von der abgekühlten roten Grütze. Und ganz oben drauf kommt jetzt noch die geschlagene Schlagsahne. Als Deko habe ich hier einige Kekskrümel, frische Himbeeren und Minze genommen. Aber das könnt Ihr natürlich ganz nach Geschmack auch anders machen. Das fertige Dessert im Glas könnt Ihr gut im Voraus vorbereiten und mit Folie abgedeckt im Kühlschrank aufbewahren. Ich hoffe mein Video hat Euch gefallen. Wenn Ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!